Ne, dann gehen wir nochmal kurz raus. Und zwar ganz raus, ja, zum Hauptmenü. Und zwar Figurwechsel. Werde ich mal probieren, ob das funktioniert. Ähm... Ähm... Würfel klingt interessant. Und, ja, Leonidas wird schon in Ordnung sein. Ich frag mich, ob das beim... Hier bei der Kampagne... Okay. Natürlich nicht. Hier rum müssen wir noch abschließen. Das hat ja nicht so funktioniert. Wie erhofft. Ja, komm, das kennen wir schon. Ah, komm mal, doch. Würfel funktioniert. Ist das wirklich ein Würfel, oder was? Al... Nein, 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 nein. Erstmal hier. Geld... 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 Die Fläche, die man damit abdeckt, hat das einen Einfluss auf... Die... Dinger... Auf das Geld, das man dann im Endeffekt bekommt? Weiß ich gar nicht. Wäre auf jeden Fall auch interessant zu erfahren. Aber nicht so einfach herauszufinden, natürlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier mit unserem Würfel läuft. Na komm, da bauen wir noch einen Turm hin. Na, komm, bau den Würfel fertig. Ähm... 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 Das ist wirklich ein Würfel. Das... Ähm... Ist der vielleicht auch etwas stabiler, als die anderen, aber so wirklich in Fahrt kommen damit ja nicht. Na komm schon, roll! Würfel 21. Alter. Das... Geht nicht. So kann ich nicht arbeiten. Roll, roll, roll! Ist der langsam... Ähm... Aber... Lustige Idee auf jeden Fall. Okay, ich meine, was habt ihr auch eines erwartet, als wenn ich meine Würfel aussuche. Dass er sich dann wie eine Kugel bewegt. Verdammt! Damit kann man auch nicht lenken. Na, komm schon. Hopp, hopp, hopp. Na, jetzt fällt er wieder runter. Du sollst doch einfach nur geradeaus rollen. Alter, bist du so blöd zum geradeaus rollen, oder was? Ja, wenigstens brauche ich nicht wieder direkt vor der Kurve. Roll... Roll... Der bremst sich auch immer selbst aus. So, jetzt nehmen wir Fahrt auf. Wahrscheinlich wieder direkt neben das Tor. Macht aber massiv Schaden. Das ist... Interessant. So halbwegs. Also wenn man sich da erstmal an die Steuerung irgendwie gewöhnt hat... Kann der Würfel definitiv... Richtig gut werden. Ich denke, den werde ich mal eine Weile behalten. Jetzt müssen wir aber... Erstmal hoffen, dass wir das Level überhaupt... Irgendwie bestehen. Weil ich so... Richtig denke ich ja noch nicht dran. Weil man leider einfach so langsam ist... Dass der Gegner... Da schon zweimal bis zu unserem Schloss gekommen ist. Bevor man selbst einmal beim Gegner war. Ja... Gut. Wirklich springen kann, der anscheinend auch nicht ist. Ja, okay, doch. Ein bisschen. Aber nicht dran, wenn man es braucht. Okay, das können die anderen Kugeln auch nicht. So, jetzt ziehe ich um die Kurve. So schön der Würfel auch Schaden macht. Das zieht sich dermaßen. Was ist mit der Gegnerkugel gerade eigentlich? Haben wir die kaputt gehauen oder was? Na, komm schon. Ja, so ist gut. Aber nicht runterfallen. Weiter, weiter. Sehr gut. Nicht aufgeben. Jetzt gegen das Tor. Das schaffen wir. Komm schon. Komm schon. Rüber. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch den Typen irgendwie treffen. Na, 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 na. Ha, 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 ha. Sehr geil. Sehr schön auf jeden Fall, ja. Und nun geht es nach Florenz. Block of Ages. Mag ich Block of Ages, ja, doch. Netter Humor auf jeden Fall. Oh, wir werden eingelassen. Okay. Ich bin Leonardo da Vinci, der Architekt. Ich bin Leonardo da Vinci, der Architekt. Du musst dir bewusst sein, dass alles, was dich umbringt, nicht real ist. Wir sind nur ein Teil einer Illusion in einer viel größeren externen Welt. Die Matrix. Jede von dir aufgeführten Aktionen bis jetzt, kreiert von Menschen, die Computern benutzen, wurden kontrolliert. Dein einziges Ziel ist, die Menschen außerhalb des Spieles zu unterhalten, mit verrückten Aktivitäten, die sich Videospiele nennen. Deine Anstrengungen sind umsonst. Es gibt nichts, was du tun kannst, um dein Schicksal zu entrinnen. Doch, dich niederwürfeln. Was ist das denn? Helikopter erforscht das Schlachtfeld und signalisiert der Katapult vom Schloss, um automatisch den Gegner zu treffen. Nice. Gefängnis an, hier. Ihr natürlich nicht. Kostet aber... Oh, Goldmine. Sie werden die gleiche mein Gold ausgraben, aber schneller die Bergleute. Schneller als die Bergleute. Cool. Hätte ich gleich am Anfang machen sollen. Äh, ach so, das ist... Hier... Ja, ne, ich will erst noch... Hier meine Goldminen platzieren. Okay, los geht's. Können wir in dem Wasser zufällig... ...bisschen einfacher rollen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bremst es noch ein bisschen. Ja, guck, der Computer geht auch... ...aufs Land. Hopp, raus. Roll, 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 roll. Roll, mein Freund. Wie du noch nie zuvor gerollt bist. Da werde ich ganz rollig. Man schöre... Rock'n'Roll. Das... Das wird auch immer schlimmer hier. Na, komm, wir aufs Land. Oh, nein. Da werden wir gleich getroffen. Ha, 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 ha. Der Würfel frisst auch sowas von keinem Schaden. Oh, wie kommen wir da jetzt bitte hoch? Vor allem mit dem Würfel. So, auf jeden Fall nicht. Also... Komm, komm. Gut. Weiter hoch. Gut. Ah, ich glaube... ...wir müssen einen anderen Weg suchen. Boah. Sehr schön. Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Nein, natürlich nicht. Irgendeine Abzweigung da. Na. Warum wird das mir auch nicht gesagt? So. Weiter. Einfach immer dahin, wo noch... ...so Gebäude und Verteidigungsanlagen und so sind. Weiter. Ach, nö. Das ist aber eine hohe Mauer. Alter. Oh, Mann. Jetzt wieder in die andere Richtung oder was? Entscheid dich doch mal. Ich weiß noch nicht, wo ich langen muss. Da. Steht's auf dem Pfeil drauf. Habe ich schon mal erwähnt, dass man mit dem Würfel so langsam ist. Komm schon. Alter, da habe ich ja schnell das Skyrim auf 100% durchgespielt, dass ich da an dem Tor angekommen bin. Alter. Die Motivation steigt auf jeden Fall. Ist nach rechts. Nicht da runterfallen! Na, ich glaube, ich wechsle nachher wieder auf irgendwas anderes. So schön der Würfel auch Schaden macht. Das geht nicht so. Ja, scheiße war's. Aua. 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 Ich bin kein... Ah, auf. Ich bin keine Botcher-Kugel. Ich bin doch überhaupt keine Kugel. Ich bin doch nur leicht angeknackst. Na, gleich sind wir da. Der hat unser Tor gleich kaputt gemacht. Das müssen wir jetzt nochmal machen, alles oder was? Au. Au. Aua. Geht kaputt. Ich frage mich, ob wir nachher auch irgendeinen Gegner kennenlernen, der auch einen Würfel hat. Ich gehe einfach mal davon aus. Na, endlich. Ja, komm, das Geld bringt es jetzt auch nicht mehr. Wir können hier höchstens noch ein paar Ballisten oder so hinstellen. Ich weiß ja nicht mal, wo der Typ ist. So, er hört sich hier... Ach, der ist da unten beim Tor. Ja, gut. Ne, alter. Ich muss den Würfel wechseln. Das... geht so nicht. Auf jeden Fall ein interessantes Spielkonzept. Aber... Ne, mit den Würfel geht's nicht. Geist. Geist klingt interessant. Probieren wir's mal damit. So, Mr. Hellseher. Dann wollen wir mal. So, klatschen wir erstmal hier. Ein paar Goldminen hin. Naja, kein Geld. So. Na, hätte ich mir's doch sparen können eigentlich. Ich will Helikopter. Da fängst du an. Dann hier. Das kostet aber der Befiel auch mal wieder. Komm schon, Geld. Rollen. Oh, sieht ja nett aus. Aber ich kann jetzt keine... anderen... Rolleigenschaften oder so feststellen. Was natürlich ein bisschen schwierig wird, ist... Direkt anhand des Würfels... Äh, sag ich schon Würfel. Der Kugel des Blocks zu erkennen. Ob er nun... schon beschädigt ist oder nicht. Man hat natürlich links die Anzeige, aber... Man achtet ja dann wohl auch eher auf... die Kugel... in der Bildschirmmitte. Als auf die Anzeige da. So, jetzt raus aus dem Wasser. Ab. Rüber, rüber, rüber. Oh, nein. Haha. Nicht mehr A, sondern Uuuuh. Ach, die Fähne hingegen auch Geld. Ist ja toll. So, der ist schon eingeknackst. Mh, ja. Auf jeden Fall... nicht so viel Schaden... wie der Würfel. Aber dafür kommen wir wenigstens durch. Das ist ja auch schon mal... eine schöne Sache. So, noch mehr Helikopter. Obwohl... wir den wahrscheinlich... kein einziges Mal treffen werden, dann. Feuerball. Na geil. Ah ja, okay. So, hier. Und... los geht's. Aha, Feuerball... ist wohl weg. Vielleicht wegen dem Wasser, weiß ich nicht. Ich will auf jeden Fall... mal das Geld... ein bisschen sparen... für Verbesserungen. Für den... für die Kugel. so, dass man da eventuell... noch ein bisschen mehr Schaden... rausholen können. Äh, wo muss ich lang? Da unten. Komm, 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 komm. Nein. Fast. Komm, 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 komm. Boah. Okay, wir müssen einen anderen Weg nehmen. Den regulären. So. Ach nee, der ist beim Tor. Dann nimmt die Musik auch gleich schon an Dramatik zu. Boah. Unser... Umgang ist weg. Das ist aber, das ist spannend. Au. Ah, alter. Warum hat er mich nicht von hinten getroffen? Dann hätte ich... richtig schön Fahrt aufgenommen. Also, das Schaden ist echt lächerlich. Ich würde jetzt... Lalalala. Äh, wir haben einfach kein Geld. Oder... jedenfalls nicht so wirklich... nicht ersparen es wird wieder nichts bestimmt doch nun aber unsere ballisten die zu den ersten mal ihr übriges so jetzt mit eisenbändern so sieht es doch schon mal gut aus warum hat es nicht vorhin auch schon so geklappt nein nicht runterfallen na verdammt ja ich habe mich voll erschrocken so nein hoch ich habe noch keinen einzigen schaden bekommen jedenfalls lauter anzeige nein verdammt ich dachte da geht es weiter jetzt müssen wir uns beeilen aber ich glaube das wird nichts wir wenigstens noch ans tor kommen verdammt alter es muss doch machbar sein ja 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 ja